Ja Es sind schon 89 Aufrufe, alter was Vielen, vielen Dank für die 89 Aufrufe Meine bitte, vielen lieben Dank Uah Aber in der Folge 1 sieht man noch gar nicht so viel vom Spiel So, gucken wir mal, was ist denn hier So, ich will gerne, hallo Ich drücke Vierecke und ich kann nicht aussteigen Ich kann nicht aussteigen, ich weiß nicht warum Ich drücke Viereck und kann nicht aussteigen Warum nicht, weil es 2 Uhr ist oder was 2 Uhr nachts und ich soll nicht alleine rumlaufen oder was Ah, jetzt, huch Hier ist ein Mülleimer Hier ist der gruselige Turm Slenderman, oh Slenderman Noch ein Einsatz und du steigst im Rang auf Echt? Juhu Ich will gar nicht wissen, was ich dann bin So, uah, uah Oh, ähm Ich glaube, wir haben ein Problem Ah, ne, noch nicht Uah, ich dachte schon Ich dachte, wir haben uns festgefahren Oh Gott Lieber Warmblinklicht anmachen Und besser ist Damit die uns auch finden Wenn wir irgendwo stecken bleiben So, jetzt wieder die Feuerwehrwache Boah, diese geile Musik, ne Ist doch ein bisschen Pornomusik, oder? Oder meine ich das nur? Weiß was, ich lass die Karre einfach draußen stehen Juckt mich nicht Wir müssen eh gleich wieder benutzen So Das ist echt Pornomusik, oder? Da haben sie wahrscheinlich irgendwo aus dem Porno Geht weg, lass mich Ihr Klone Ihr seid, das ist so groß Was macht der da? Vergnügt er sich da gerade mit dem Kleiderständer? Ich hab nix gesehen Ich hab ja nicht beobachtet Nein, hab ich Geht weg Alter, lass mich Alter, huah Lass Ach hier, die Tür Ah ja Ich geh mal aufs Klo Ich muss aufs Klo Auf die Riesen Hä? Was? Jetzt kann ich das Klo benutzen? Willst du mich verarschen? Vor allem, was für ein Klo das ist? Das ist eine Riesenschüssel Und ich kann doch nichtmals ins Klo gehen Ich muss von hier aus die Schüssel treffen Alter, was ist das für ein Spiel? Oh Gott Huah Vor allem, ich hör den Blinker die ganze Zeit Irgendwie kann ich Lass mich Ich bin so klein Lass mich in Ruhe Ich mach mal den Blinker aus Äh, hier ist unser Auto Ich find's lustig, dass man den Blinker hört, obwohl man gar nicht im Auto ist Das hab ich, glaub ich, beim letzten Mal schon gesagt So Huah Ich juck mein Mein Auge A Huah Ich juck mein Auge Ich wollte eigentlich jetzt Was wollte ich? Ich wollte schon Wollte schlafen gehen So, warte Huah Und eins Vor den Landhäusern Zwischen Brunzbacher Brücken Und den Chemiewerk Wurde ein Lahn gemeldet Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gesehen Ja, schön Für die Rauchentwicklung So Wie gut das ist, weil wir das Auto draußen stehen gelassen haben Super So So, los geht's Wuhu Ähm, ja Oh, wie gruselig Was hat der denn da gerade gemacht? Oh, wie gruselig das war Oh Gott Was hat denn der gemacht? Jetzt fängt der Dirigent Fängt schon an, irgendwo außerhalb zu dirigieren Oh Gott Ich hab ein bisschen Angst bei dem Spiel Dass die mich irgendwie anfassen oder so Oh Gott Die sind so schlimm, die Leute Das ist hier irgendwo links, ne? Oh, mich juckt's gerade, warte mal Ah, hier ist der Bauer mit seinem Trecker Hier war das Hier irgendwo soll das sein Ah, hier Hier, ich seh schon Qualm Hier Bin schon da Jop, 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 jop Flex im Dienst Kommt So, warte Ich mach mal eben die Tür auf So, warte Warte, warte, warte So Ah, hier die Parkbank brennt Ja, da waren wahrscheinlich wieder Randalierende Hooligans Oder Jugendliche Die wahrscheinlich wieder nachts auf der Parkbank rumrandaliert haben Weil sie Alkohol getrunken haben So Dann fahren wir zurück zur Station Wie viele Punkte haben wir? 1.100 Wow Unglaublich Was? Nächste Woche habe ich Mario Kart 8 Deluxe Oh, geil Ich hab das Video gesehen Von Von der GameStar Das Testvideo Oh, geil Ich würde so gerne Mal Kart 8 Deluxe Oh, Gott Oh, Gott Ich glaube, ich muss meine Switch holen Oh, Gott Ich würde so gerne Mario Kart spielen Mit dem Battle-Modus auch So Nächste Woche habe ich Was? Was nächste Woche wird Episch Dann Outlast Trinity Sniper Orion Little Lightmare Little Lightmare Die habe ich auch vorbestellt Das muss auch demnächst kommen Wo ist unser Möchte ich gerne Ein Let's Play von machen Von Little Lightmare So Lassen wir ihn mal wieder hier stehen Wir brauchen es ja eh wahrscheinlich Ich versuche mal schlafen zu gehen Oh, wieder der Der Sono Music Simulator Ja Yeah Ich bin An der Thirsty Maschine Und trink mir erst mal Ein Aquarefreshing Ein Aquarefreshing Und es ist very tasty So Oh, Gott Oh, Gott Warum ruckelt das Warum ruckelt das denn hier Alter Zehn Zuschauer Seid ihr wahnsinnig Vielen lieben Dank So Oh, Gott Auf YouTube haben es ja auch so viele So, ich gehe mal schlafen So, warte mal So Ich kann nicht schlafen gehen Warum nicht Ich werde schlafen Ich will schlafen Chef, ich hüpfe auch in mein Bett rum Kann ich hier lang glitschen? Nee, oder? So wie bei Outlast? Was ist das denn hier? Oha Vor allem voll gruselig Wir sind voll klein Und die Menschen hier sind voll groß Was gucken die hier? Heimlich Pornos, oder was? Ah, ja Mhm Ja, was gucken die hier? Ah, ja Mhm Okay Über das gleiche drauf Wow Feuerwehreinsatz beendet Ich hoffe um 8 Uhr ist die Schicht zu Ende Hier nochmal gucken Ob wir unseren Dirigenten wieder finden Ob der wieder an der An der Windingmaschine steht Uah Uah, mir wird gerade ein bisschen schwindelig Ne, steht nicht Gucken Ist ja irgendwo hier Oh, der steht ja wieder draußen Irgendwo am Dirigieren Warte mal Ich guck mal hoch Ah Es ist 8 Uhr Deine Schicht zu Ende Hol dich etwas Beförderung Dein Fleiß und deine Ausdauer Haben sich bezahlt gemacht Du, wir sind hiermit zum Feuerwehrmann befördert Ab jetzt darfst du die beiden Tanklöschfahrzeuge Flora 4 und Flora 5 fahren Juuu So Äh Ich speichere mal eben ganz schnell Machen wir mal hier löschen Ja, möchte ich löschen Und dann speichern So Hey Krik, mein Freund Willkommen I see you have Outlast Trinity Awesome Yes Next Saturday I play Outlast 2 Next Saturday So great Next Saturday I play Outlast 2 Oh my god With a guest I have a guest here So, ich schau später vorbei Die Musik bringt meine Ohren zum Bluten Ja, mach das mal Ist glaube ich besser für die Ohren Wenn man hier bei diesem Live-Let's Play nicht zusieht Wie gesagt, ich wollte mich nochmal herzlich bedanken Bei den Leuten, die So fleißig geklickt haben bei dem Video Ich kann es gar nicht verstehen Nee, das ist so Guten Morgen zusammen Da ich selber viel zu tun habe, nur dass du dich die 10 küsse Und ich erzähle jeden Tag dasselbe Dir teile ich heute der Tanknisch-Fahrzeug 5 zu So wie ich es gestern schon gesagt habe Solange nichts anderes ansteht Kannst du die Routinenaufgaben nachgehen Und Übung machen Und vielleicht noch zum Rewe-Fahrt Und mir ein paar Eier mitbringen Hauptsache du sorgst immer für die Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges Vom äußeren Erzeichnungsbild sieht das Fahrzeug so weit ja ganz gut im Suss aus Du könntest ja nochmal die Waschale benutzen Wenn du nichts Wichtiges zu tun hast Ich hoffe das gilt auch für deine Funktionalität So, das war's auch schon Und ciao So, jetzt müssen wir auch wieder Alter, von 8 bis 8 Oh Gott, äh, lass mich durch So, was war das? Florian 5, ne? Dann schauen wir mal Alter, was ist denn Florian 5? Oh Gott, jetzt kommen die großen Einsätze wahrscheinlich Ich bin da, mein Freund Oh Gott, yes Ich bin so glücklich Yes Wow 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 Oh Gott Oh Gott So, Florian 5, was ist denn Florian 5? Warte mal, 1, 2, 3 4 Toll Hier, Dachdinge dürfen wir jetzt fahren Oh Gott Ich mach mal, ich mach mal ne Probefahrt Was denn hier, was, was ist ein Dreieck? Was heißt ein Dreieck? Was passiert denn dann, wenn ich Dreieck drücke? Oh Gott, oh Gott Was ist das Atomgrafik? Oh Gott Äh, äh, oh Gott Ach, damit kann ich hier die Sprüh Achso Das Sprühdinge aktivieren Oh Gott Boah, ist das schwergängig, das Ding Alter Unser erster Was ist denn für ne Kameraansicht? Hahaha Komische Kameraansicht Wo müssen wir denn hin? Ach, da oben Oh Gott Irgendwas im Atomkraftwerk ist passiert Oh Gott Nicht, dass da Menschen zu Schaden kommen Yes It's a release on, uh, 25 Yes But, but I play it not At time I ins Huch Okay I install this game On my Uh PS4 But I play it not So 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 Lern sie jetzt erstmal gucken Hier, ähm Ich hoffe wir schaffen das Oh Gott Äh, ich hab keine Ahnung wie man das Fahrzeug benutzt Das wir schon schaffen Florian 5 So Machen wir hier als Martinshorn aus So, wir sind schon da Was ist denn hier Alter, Alter Guck mal da Boah, Alter Was ist denn da am Brennen? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott This is incredible So, was muss man hier machen? Was Was Die Halle Alter, ist der creepy Alter, ist der creepy Oder was? Guck mal, wenn der guckt Oh mein Gott, ist der creepy Oh Gott, ist der creepy Das ist so creepy, this man Oh Gott Was soll ich denn jetzt hier machen? So Ich steig mal aus Ich, äh Was soll ich denn jetzt hier machen? Kann ich hier rein? Nein Wie, wie Die Halle brennt Wieso kriege ich das Tor nicht auf? Wie komme ich denn da rein? Huch Ah hier Oh mein Gott Die Lagerhalle brennt Oh mein Gott Die Lagerhalle brennt Die Lagerhalle brennt So, was kann ich hier machen? So, warte mal Ich hab doch bestimmt hier ein Feuerlöscher irgendwo, oder? Ähm Was muss ich denn hier machen? So, was haben wir hier? Wir haben hier Maske und Rolldorch Ah hier Schläuche Hier Schlauch Ich brauch den Schlauch Äh, Schlauch Ähm Ah, okay So Ich komme Hallo Ja, ich komme mit meinem Schlauch Okay, das klingt falsch, wenn ich sage Oh mein Gott Das Feuer breite sich schon aus Was? Die Dünanzeigkeit Die so großen Schaden genommen ist Kam leicht zur Verbrennung Und Raumvergiftung Fick dich Ich kann schwimmen Das gibt's doch gar nicht Ich probier's nochmal He's dead Zombie 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 fighter Yes Ohne Atemschutzerei Ne, 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 ne Ja, ich kenn mich doch nicht aus In der Feuerwehrbranche Du hast doch noch ein Tutorial gekriegt Wo er gesagt hat Ja, den Rest wirst du schon selber irgendwie finden Irgendwie der Rest Der wird schon selber irgendwie Den wird schon selber rausfinden Das machst du schon So ein Tutorial hast du bekommen Ja und Meine Güte Ja, 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 ja Komm Quatsch nicht Ich will nochmal den Einsatz nochmal haben Ohne Atemschutz Wow Juhu Next day Next day Okay, wir versuchen nochmal So Ey, ich trinke mir nochmal hier So ein, so ein, so ein So ein Aquatirsty So, warte mal Aquarefreshing Funny, refreshing It's tasty So Jetzt haben wir Wow, meine Kollegen Hauen hier schon ab Ich hab nix gesagt Du bist schwul So Und du, du bist Der Zwillingsbruder von dem Ah, der Dirigent Der Dirigent Der draußen stand Das war voll lustig So Wo laufen die alle hin? Die laufen Oh Gott Genau, ich gehe lieber Katzen vom Baum retten Was, was, was machen die? Ja, er schaut sich da irgendwie die Wand an Ja, mein Meister und Oh Gott Ein Alarm wurde gemeldet Von dem Friedhofsgelände Oh mein Gott Wurde ein Alarm gemeldet Es wurden Passanten gesehen Die von dem Tod auferstanden Oh Gott, ja Lauft, lauft, lauft Es wurden Passanten Ähm Wieso fährt mein Auto weg? Ich nehm vier Äh, hallo? Ähm, ähm, ähm Äh, ich, äh Ich, äh Was, äh Mein Auto fährt von alleine weg Hä, was? Wir sind wieder bei Florian 1 Was? Fick dich Fang ich jetzt wieder von vorne an, oder was? Das gibt's doch nicht Das ist doch nicht wahr So, Need for Speed Action Oh, da war schon wieder Mr. Hase Oh, hier, schon wieder Mr. Hase Schau, was hier war Mr. Board So Hier müssen wir hin Ah, huch Die Geisterautos Ich mag kein Blaulicht Alles mir egal So Wee Ja, komm Weißt du, schön Das Kommt in der Runde War auch noch So, willkommen zu Need for Speed Hier Need for Speed 2 Auf der Playstation 4 Gibt's jetzt zum Download Ja, das alte Need for Speed Mit Blaulichtfunktion Need for Speed Heidstakes So, warte mal Jetzt muss ich abbiegen Wir sind wieder im Brunsdorf Ne, wir sind immer noch auf dem ersten Platz Du wurdest grad degradiert nach dem Fehleinsatz Ach was, ernsthaft? Jetzt muss ich wieder 1000 Einhörpunkte sammeln, oder was? Oh, hör auf Äh, ich muss die abbiegen Das gibt's doch gar nicht Aber woher soll man das denn wissen? Mal ganz ehrlich Jetzt fahre ich zum Friedhofseinsatz Wow Woher soll man denn wissen, dass man Schutzkleidung tragen darf? Du kriegst ja Du kriegst ja von dem Spiel Du kriegst ja nichts erzählt Du kriegst ja nur so ein dämliches Tutorial Ja, den Rest wird schon selber finden Naja, die lüge Wie dumm Anscheinend erklärt wird Ja, beim Großfeuer musst du Schutzkleidung tragen Und bla 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 Ach, ne, jetzt probier ich wieder das Ah, jetzt probier ich den Roboter Oh Gott Kein Spiel ist so durch Ja, ich muss den Roboter fahren Oh, das macht doch so viel Spaß Juhu Und vor allem ist der Roboter auch so mega-chanel Schanel Hallo Wow Huch Boah, diese dramatische Musik, ne Ich habe eine Probe genommen Die kann jetzt am Computer ausgewertet werden Juhu Da, meine Kollegen kommen Die kommen an mir nicht vorbei Weil ich so wieder intelligent geparkt habe Das ist ein Friedhof ohne Kreuze Ja, das ist einfach ein Friedhofsgelände Hier liegt noch niemand Wenn ich mit dem Spiel fertig bin Dann liegt da jemand Definitiv So So, Roboter wegpacken Jetzt kann ich am Computer hier eben mal kurz nachschauen So, warte, ich muss die Tür öffnen. Dann den Computer benutzen. So, Anneliese besagt, das hier war lediglich um Farbreste. Ja, ich kann es abpumpen. Äh. Huch. So, wo ist jetzt hier die Pumpe? Gib mir mal eben die Pumpe, du. Oh mein Gott, ein Minion. Der ist so creepy, Alter. Alter, unser Kollege war so creepy gewesen, den wir da mit ins... Mit dem Auto hatten. Alter, der war so creepy, wie der guckte. So. Okay, dann wollen wir nochmal. Also, abpumpen. Zack. So, ja, ja. Kann ich wieder aufnehmen und dann wieder einhängen und dann ist der Einsatz beendet. Ne? Alter, wie der steht. Guck, wie der steht. Oh Gott. Teletubby. So, ja. Ciao. Mann, der Kollege. Ist das echt hier ein Friedhof? Soll das ein Friedhof sein? Wo sind denn hier die Gräber? Wo ist er? Ah, hier. Ah, hier. Ja. Wenn ich so gucke, ist es Outlast. 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 So. Okay, hier sind ein paar Kreuze. Muss man ja lassen. Hier, hier sind Gräber. Hier sind zwei. Wer, wer, wer liegt denn hier? Kann man nicht erkennen, wer hier liegt. Oh, hier brennt wahrscheinlich öfters die Mülltonne. So. Lalalala. Was ist das denn hier? Ein sinnloser Raum, wo die Blüten durchwachsen. Und eine Gießkanne. Damit kann man wahrscheinlich dann auch später die Mülltonne löschen. Wenn man hier gerade vor Ort ist oder so. Okay, chilling. Muss ich jetzt echt wieder diese Punkte sammeln? Ernsthaft? Okay. Ich gebe mir Mühe. Für die Leute, die das Let's Play gerne gucken möchten. Oder beziehungsweise ist ja kein Let's Play. Ich habe ja gesagt, ich mag kein Let's Play. Sondern eher so, 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 so. Nur so Spaß folgen. Weil, ganz ehrlich, da kannst du kein Let's Play draus machen. Ne? Aber ich kann euch versprechen. Sollt es weitere Simulationen geben, dann werdet ihr die hier auf dem Channel sehen. Die. Huch. Dann, äh, werde ich die natürlich hier zeigen. Also ich hätte nicht gedacht, so ein Rega. Hui. Ah, hier, hier, hier. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, hier. Hier, Brüste. Brüste, 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 Brüste. Brüste, Brüste. Bis zum nächsten Mal.